Schönen guten Morgen, herzlich willkommen in der neuen Handelswoche und willkommen hier auf CMC TV. Der Goldpreis ist auf dem neuen Allzeithoch, der Germany 30 unter Druck, die 13.000 sind ein bisschen weit weg mittlerweile. Schaffen wir die noch und wie könnte es diese Woche weitergehen? Da jetzt der Blick auf die charttechnische Situation im Germany 30 und dafür habe ich hier auch mal die charttechnische Situation vorbereitet. Wir haben ein 1, 2, 3 Top im Germany 30, 4 Stunden Kerzenchart, der ist hier zu sehen. Da sind jetzt zwei Top, also ein 1, 2, 3 Top auf der oberen Seite in pink markiert und direkt hier vor mir ist von Mitte Juni dieser Aufwärtsimpuls zu sehen. Dieser Aufwärtsimpuls ist ein 1, 2, 3 Boden. So, jetzt haben wir 1, 2, 3 Boden gebildet, wir sind bis zu 100% Extension gegangen, haben dort jetzt ein Top ausgebildet und solange wir unter 13.075 Punkten verharren, ist dieses Top aktiv. Zuletzt sind wir nun aufgesetzt, ich zoome da mal ein bisschen rein, dann sieht man das auch besser, auf der 100% Extension hier in grün von dem 1, 2, 3 Boden, diese Marke liegt bei 12.788 Punkten. Die hat jetzt ein bisschen eine Unterstützung gegeben, es gab keinen 4-Stunden-Schlusskurs unter dieser Marke, somit eben auch kein Signal für einen Test der nächst tiefer liegenden Fibonacci-Marke, die liegt bei 12.330 Punkten. 12.330 Punkte würden ein mögliches Ziel werden, wenn wir einen 4-Stunden-Schlusskurs bekämen unter 12.788. So weit, so gut. Solange wir die 12.788 halten, kann es noch mal zu einem Test kommen von der 13.072 und 75-Marke, das ist eben die 100% Extension aus dem grünen Boden und gleichzeitig ist das eben der Make-or-Break-Point, wo wir es dann eben zu tun bekommen mit dem Test von dem Top, ob das aktiv bleibt oder nicht. 13.075 Punkte ist hier der entscheidende Widerstand nach oben, der erreicht werden könnte, sollten wir die 12.788-Punkte-Marke halten und verteidigen können. Wichtig ist hier auf dem Weg nach oben, da gibt es einen Widerstand bei 9,25, auf der Unterseite eine Unterstützung bei 8,33, sollten die 7,88 brechen, wäre dann 683 die nächste Anlaufstelle. Was wir heute Morgen sehen, zu Wochenbeginn, ein Kurssprung um 30 Dollar im Goldpreis, auf ein neues Allzeithoch, so hoch war der Goldpreis noch nie, zwischenzeitlich in der Nacht gab es hier einen Spike, nach oben auf 1.944 Dollar, das wird heute das Thema sein, auch auf dem Börsenbuffet, wenn wir uns das charttechnisch anschauen, wo sind da die möglichen Ziele im Goldpreis, nach oben auf der Oberseite, was kann man davon noch ableiten. Im Moment klinke ich mich aus, es soll die charttechnische kurze Besprechung gewesen sein, um 8 Uhr geht es dann weiter mit CMC Espresso. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag für alle, die hier später nicht mehr einschalten. Und im Moment sage ich auf jeden Fall Danke fürs Einschalten. Bis später. Und im Moment sage ich auf jeden Fall Danke fürs Zuschauen.